Der Ehrgeiz packt einen immer wieder. Man muss fleißig sein im Training, muss jedes Mal alles geben, muss alles aus sich rausholen und muss da auch gerade zeigen, dass man stärker wird. Jedes Training ist immer wieder aufs Neue eine Herausforderung und die muss man auch meistern. Des Weiteren sind wir hier eine große Wettkampffamilie geworden. Das merkt man auch international. Jeder ist freundlich, freut sich den anderen zu sehen. Man unterhält sich über die verschiedenen Trainingsformen und es macht einfach Spaß, sich auszutauschen. Wir wollen den Sport einfach in den Mittelpunkt drücken, zeigen, dass es auch andere Sportarten außer Fußball gibt, die auch Spaß machen, wo auch viel Freude aufkommen kann und man auch im Verein Freunde finden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017